Die Sendung wurde live untertitelt. Für den Verlust des einzigen Wesens, das er je geliebt hat. Ewig seine Seele vergiftend, seinen Hass fächernd. Entschlossen, seinem Zorn freien Lauf zu lassen. Gnadenlos und unerbittlich. Bis seine Rache vollkommen ist. Es ist dein Schicksal, junger Drachentöter, die Dunkelheit aufzuhalten, die sich über Rivelon zusammenbrannt. Wir sind zusammenbreit.